Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht. Aber ich kann einfach nicht so tun, als wäre alles in Ordnung. Denn das ist es nicht. Und wird es nie wieder sein. Und ich weiß, wie leid es dir tut, wirklich. Aber glaub mir, auf dich hab ich mich am meisten verletzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020